Jaja, was mit den Sonnenstrahlen? Ja, das finde ich so geil, wie das durch die Bäume flicht. Wenn du in die Sonne guckst, wie du jetzt Sonnenflecken hast, dann in dem Moment. Der vierkig. Aber cool. Hat was. Naja, ich bin wohl in einer AK-Gefeldung. Ja, das stimmt. Die macht doch mal keine Sonnenflecken. Deswegen ja. Hier kann man doch reintunseln. Kein Glas da hoch. Warum der immer so nach unten schaut dabei? Ja, ne? Manchmal ist echt cool. Da war wieder ein Mosinschuss von da hinten, ist richtig. Wo du hinguckst, aus der Richtung. Ich hoffe, dass die da wieder im Wald oben gucken. Wir überwiesen. Wollen wir mal da eine Route rumgehen, oder? Was sagt ihr? Warte mal, soll ich... Du hast jetzt nichts gesehen, oh? Ne, welchen Raum hat sie davor. Oh, Rambam. Geht die Zaun. Geht die Zaun. Komm, rein geht. Geht die Zaun durch. Ein bisschen Schutz. Der Zombie. Ich bin professionell nicht durchgeräumt. Es ist die Exegiade Brechner, das sind doch Zombies. Das hasse ich. Auf Teufel komm raus. Die rennen auf dich zu und fangen erst an zu brüllen, wirklich wenn sie neben dir stehen. Wenn das in der Nacht passieren würde, wenn ich auf Nachtzehver spiele ich eh dann würde. Ja, dann trifft er mich. Ich würde auch nicht sagen, dass sie vom Hochhaus kam. Ich würde auch eher sagen, von dem Wald, wo wir da oben zuerst gesessen haben vorhin. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt natürlich ihre Position gewechselt haben und in den Stock rennen. Dann weiß man, wen die da erlegt haben. Dann würde ich sagen, rennen wir lieber Straßen lang Richtung Kirche oder Richtung... Die Polizei halt so ein bisschen. Bei den Schutz der Häuser einfach. Tommi, Achtung. Ich glaube ich habe schon wieder einen Schuss gehört. Ja komm. Das hört sich fast so an, als wäre die da aufgerufen. Komm hinter, komm hinter. Direkt bei dem Tino schießen. Tino schießen. Okay. Dann steht wieder auf. Voll. Da steht. Da ist schon mal. Adam funktioniert. Da ist cool. Ich hoffe, wie man es dir hier ist mit. Na, bin ich Dopiend observiert. 1, 2, 1 doch ich habe gerade einen gesehen oben bei dem roten Haus auf dem Feld dann lass links rumlaufen, dass wir von oben rausgehen das einer mit dem grünen Hunting Backpack genau hinterm Haus verschwunden ja dann gehen wir von hinten rum, wo wir erst den Plan hatten die noch da oben sind, ist doch top jetzt laufen wir natürlich in Gefahr von einer anderen gesehen zu werden ist das ein Zombie oder so ein Später? ein Zombie kann sein dass die dass sie jetzt gelootet haben wenn sie abgeschossen haben das einer runtergegangen ist, mal gucken ja Leute da hinten kommt ein Spieler oh fuck ja, ich habe ihn gesehen mach mich ich sehe ihn nicht mehr ich hatte also oh ich habe den Zombie auf mir nichts auf den Spieler ja schieß sieht er sich zurück? ja ich glaube weiter so links von dem liegt er irgendwo? ich kaufe was und hier vorne rechts auch der hat die Hitze rechts ist hin boah, mein Arm ist gut ok, hab einen wer schießt mit deinem 4? war die M4 ok also einen habe ich mit dem blauen Rucksack hinten liegt noch einer da wo wir hergekommen sind wo wir hergekommen sind der liegt oben in den ersten Baum rein ganz vorne hast du gesehen? die letzten Bäume auf der Kante die letzten Bäume auf der Kante ne andere Richtung andere Richtung du hast denn dicken blauen Rucksack? ne ich habe den ich habe den pass auf hier unten liegt ich und da oben ist der andere bist du tot? ne ne ich bin nur grau ich weiß jetzt ich weiß grad echt wo du meinst der ist auf die Schräge hoch heran wieder zurück der eine ja genau da oben auf der Schräge die geht Richtung Stadt lang ja diese Erhöhung da oben wo die ganzen ich sehe nicht ich sehe nicht da oben krabbelt ich kriege ihn los ich kriege ihn los ich kriege ihn los war das der mit dem grünen Rucksack? ja ja er liegt er tut mir auf der Sicht er war so Guckeln pfeifen schlafen scheiße kriegst du Claim auf ihn? jo ja ich habe ihn ja ok ich hole mal die Summa bleib dort bleib dort bleib dort du bist ein bisschen in Deckung ich auch Pulse erstmal Blutfall erst mal bitte verbinden und dann Huff Life has no Pulse weißt du schon was? der nimmt's nicht du musst trocken du musst trocken umgelegen geht's nicht du bist ein bisschen raus aus dem Bus du hast den kleinen Saline weg und du hast den kleinen Saline weg und ja das wird doch das war ja selber und Morphine ne brauchst du noch? ne ihr sitzt da unten ok ne ihr sitzt da unten ok ne jetzt drei Leute gekillt ne zwei zwei ne so bei euch liegt da keine Leiche ne der ist so weiter äh schwer zu erklären ja ich seh den glaub ich mit einem blauen aus der Rückseite ja ok dann ist da das halt nicht ich hab zwei zwei aber ich weiß nicht wir haben doch Mosin Schüsse gehört gibst du mir so etwas ja die Mosin hab ich hier also die hat der hier perfekt hast du ja liegen also zombie wenn du jetzt uns zu nah kommst schießen einfach ab schießen einfach ab ich kann dir ja das das Dings nicht geben das Morphine ich leg's mal hin ok Moment sobald ich weit im Busch fliege würde ich jetzt aber auch nicht wegschieben ich hab einer so dick rausgelegt ich sicher dich hast du Salina hast du mir gegeben Salina hast du mir gegeben ja um zum ich beobachte dich grad wieder unten rum vorbeigst mit deiner Hacke ähm brauchst du auch noch Morphine Ecke ok ok ist gut ähm nö kann er wieder laufen äh und Energize und Federator ist grün ist grün warte mal hier oben liegt der Typ genau guck mal ob der hier oben etwas brauchbares hat weil ich den komplett zerschossen hab glaube ich ich glaub wir waren nicht zu weit wir haben noch Erika hat auch noch einen Hundenbackjack gesehen oder das war ein anderer ja auf ihn zu fressen haben die dabei ok dann nimm ein bisschen was mit hier ist alles kaputt ja dann versteckt gleich und dann äh komm mal rüber dann zu uns wir gehen wieder also wir gehen wirklich von hinten da mal ins rote Gebäude oder brauchen wir noch brauchen wir noch einen Helm oder eine Feueraxt äh ne okay ich hab gleich auf den Stecken abgemacht gut äh erik siehst du noch Farbe? wo ist du richtig schön bunt siehst Ich bin gar nicht getroffen worden. Gut, dann musst du noch vorgehen. Kann nicht mehr vorgehen. Soll ich dir noch einen Saline begegnen? Ich hab noch drei Stück oder vier Stück einpacken. Äh, einsteigen. Ja, gib ihm. Ja, eins ganz gut. Moment, geht gleich los. Alter, die M4 mit dem Billigaufsetzen, die trifft der mal fast gar nicht. Der hört, was ich da in den reinschießen musste. Der lag vor mir. Die Kugeln an mir vorbeigepfiffen sind, ey, das war legendär. Heißt, die haben uns also auch schon anrennen sehen, irgendwie, ja? Ja, wahrscheinlich. Aber das war halt einfach nur wieder... Okay, danke. Da. Das ist Ecke links von dir, da müssen wir jetzt so ein bisschen lang. Hier hat dein Saline jetzt geklappt, weil ich hab jetzt hier den roten Schriftzug. Ja, weil du hast es wahrscheinlich vorher abgebrochen, weil das dauert jetzt momentan alles total lange. Bei mir war er da hoch. Bei mir war er da hoch. Sonst machen wir es. Sonst machen wir es. Sonst machen wir es gleich nochmal. Ja. Du musst halt einfach noch, selbst wenn er das sozusagen, äh, dann gehen, ich geh mal hinter mir, hinter mir. Okay. Einfach ganz lange warten, bis das aus deiner Hand verschwindet. Dann müsste es durch sein. Steht ja unten links dann. Da stand gerade eben nur, wo du startest. Ja. 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 Jetzt hörst du ja reingetisch auf, bist fertig, aber der hat es glaube ich immer noch an der Hand und da ist es immer noch an der Hand. Oh, da unten läuft noch einer, direkt vor uns, direkt vor uns läuft einer. Der RINZER SKS bestimmt rüber. Ich seh den, den finde ich nicht. Nachladen. Die Form mit einem 4. Ich seh den. Ich glaub der Zombie, an dem steht noch ein Zombie. Der ist schon direkt hinter dem bunten Haus. Ich seh den noch einer. Ne, ich wollte nicht. Ich seh den. Ah, jetzt kommt der Zombie zu uns. Wir schießen ab. Ich seh den in der Hand. Für sich ein Fuß. Wir werden ja so spät raus hin. Ist der zum roten Haus hin? Stimmt zum roten, ja. Der SKS muss da auch noch sein, es sind immer noch zwei Leute dann mindestens. Einer der hingerannt ist und einer der da hinten geschossen ist. Da unten rennt jetzt ein Zombie. Irgends für irgendjemand hin. Seht er mich noch? Da rechts unten. Ne, ich glaub da unten. Da unten hat er einen am Busch, oder? Guck mal, der Zombie anrennt. Ich weiß grad nicht genau, wo ihr seid und wo der Busch ist. Warte, da hinten. Seid ihr? Warte, weit vorne. Und den ersten Baum herangestellt. Ja, der steht da. Okay, nein. Wir sind ab. Ah, ich seh ihn. Ich glaub ich hab ne. Hier von links. Ich hab nachgeschossen von links. Aber ich steh an dem Baum, ne? Aber ich hab da grad einer gewischt auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Da sind wir umgekippt. Ich hab auch nochmal nachgeschossen, aber ich hab... schon von mir erwischt. Ne, ich glaub der bewegt sich nicht. Oh, das ist der Zombie, der jetzt da steht. Ich weiß es nicht. Ne, jetzt ist der Zombie da. Ist hier ein Liegen. Zombie steht da auf jeden Fall. Ja, ich geh mal ein bisschen... Warte, 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 warte. Ich check mal kurz mit Fernglas, warte mal kurz. Hat er irgendwas Rotes gesehen? Boah, nimm jetzt die Waffe, komm. Komm. Du darfst. Nein, macht nicht. Der Zombie ist da jetzt stehend im Liegen. Weil wir jetzt einen abgeschossen haben. Sag mal runter, Lohf ein Stückchen. Soll ich den Zombie abschießen? Ja, kanns abschießen. Wenn nicht dritts? Ich glaub da liegt noch was, was ist da? Guck mal runter, vorsichtig. Das bewegt sich auch nicht, vielleicht lag schon vorher ne Leiche, dass sie sich übern Haufen geschossen haben. Oh, leckts. Ja, aber wie. Es geht, es geht. Wo bist denn du, Venni? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin jetzt fast vorne am Ende der Baumreihe. Ja, ich bin langsam hinter dir dann. Der ist links neben mir, wenn du mich siehst, links neben mir. Ich würde nicht hab da was schreien hören, eben entgehen. Aus dem Richtung Haus. Leute, wir haben Standbilder. Das soll eigentlich wieder gehen, oder? Ja. Ja. Meins geht. Ja, ich hab schon gerade, aber ich hab gerade den Erik hier auf dem Feld, auf dem Pups-Maschinen sehen. Da hat er auch meine Waffe nicht eingesteckt. Die rote Kette. Ah, ich hab uns abgemacht. Jetzt lädt meiner noch nach. Ich bin jetzt hinter dir Erik, ne? Okay. Pass auf, ich gleite mal vor. Pass auf, ich gleite mal vor. Bist du, Ecke? Komm jetzt hinterher. Okay. Rubbelt und rollt wer? Ja, das bin ich. Da liegt auf jeden Fall einer. Der hat auf jeden Fall ne Mosin. Was war da mit SKS-Schutz, oder? Was hab ich mich da... SKS war der, der bei mir vorhin lag, auf der... Der andere, den hab ich getötet. Ich kann ja auch bei dem Typen nix looten, ne? Ich seh ihn nicht, weil der genau in Busch drin liegt. Dann schieß nochmal auf seinen Kuss-Frau runter. Wer hat hier nochmal das rote Haus? Wenn ich da einer verschanzen kann. Fenster, die uns halt so halb im Blick. Ich seh nix. Achtung, ich schieß gleich nochmal. Ist da einer geschossen, oder? Boah. Das war ich. Boah, das packt grad voll rum, ne? Ich hab' gut, das war die Tunnel sehr zurück. Wir haben eigentlich... ...gut aufbremst. Boah, ich komm einfach zurück. Denkst du, wird reichen. So, rück heißt, wir gehen jetzt erstmal hoch hier? Ja, einfach hoch. Einfach hoch, einfach in den Wald rein und dann... ...nach weg hier.